Hallo YouTube Community, also willkommen in dem neuen Battlefield Teil, Hardline, auf der Map High Tension und im Spielmodus Heist. Ja, ich habe gerade eben mich die erste Runde mal warm gespielt, so richtig drin bin ich noch nicht. Ähm, fühlt sich stark nach Battlefield 4 immer noch an, ich habe jetzt noch nicht dieses Gangster-Polizeigefühl, was man in diesem Spiel eigentlich haben sollte, aber vielleicht kommt das noch in anderen Spielmodus. Wir fangen jetzt eigentlich direkt mal an als PD-Police. Ähm, ich würde gerne noch ganz kurz Customize, ja, die haben wir, was ist das für eine süße Pistole, die ist schnockig. So, ja, dann haben wir den Helikopter übernehmen. Komm, wir nehmen den Helikopter. Ready. Ach. 17 Sekunden, dann geht's los, hier unten in der Ecke steht's, über Ready, 13 Sekunden. Ja, äh, pfuh. Wir übernehmen jetzt mal den Helikopter, gucken mal, wo wir hin müssen. Ich habe keine Ahnung, wie wir sich das als Police spielt. Vier, drei, zwei, eins. Uiuiui. Uiuiui, ich habe so viele Leute an Bord. Achter Arm. Uiuiui. I got a guy pit there. Metic. Also, ähm, ja, ich glaube, ich habe gerade meine Crew getötet. das hat das gerade irgendwas weggefasst aber 15 sekunden ach das ist eine bombe die fans wollen so ist das wort auch hier hält die punkte es ist weg also spielt sich ich kann es noch nicht ganz beschreiben das spielt sich das aber sieht schon mal nicht schlecht aus mal überlegte spiel schon über zwei jahre an entwicklung dass das viele nicht gedacht haben viele denken ja das ist so ein battlefield abwege aber das kann man sogar vor also war sogar bevor das bestreit wurde war das schon ein entwicklung der spiel ist ja schon weil wir müssen wir hierher richtig aber wir können damit dann müssen wir dahin ja ich schon wieder finden aber ich bin ja etwas planlos noch um die gegend hier ja das ist ein bisschen ich glaube ich wird sich nicht mehr team wenn ich sterben sollte ist ich nicht verstehe ich nicht Oh oh Ach man, das war halt der Gletschus der Typ Ah Ich musste extrem lange auf meinen scheiß Beta-Zugang warten Ja, aber ich wollte Team Switch mal Das ist ja dann doch ein bisschen Switching Team Ein bisschen unfair Wo ist der Typ? Nee Mann, was hab ich denn für ein Teist? Fahr Mann, fahr Oh oh Ach das gibt damage wenn ich da was umfahre oder was? Und wo denn? Ja, sicher alter Die kommen aber auch direkt von überall Scheiße ey Voll umgenietet Geschieht dem recht ey So warte mal, wir nehmen was'n Helper Drei ist mal bestimmt ein bisschen, ja Oh Oh fuck Oh fuck Was ist das für einer? Jetzt wurde er Was ist das? Ah Oh man alter Headshot Okay Nee, ich geh wieder Sturmangriff, Snapper so Hm So So langweilig Ich brauch Action Ja Hä, muss ich wieder bei den Cops? Ja Doch Ach Alter 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 Ja, ich bin wirklich Nee, ich bin... Hä? Okay Wieso hat er dann gerade der eine ein Schild? Ich verstehe es nicht Und wieso sterbe ich durch Fußschüsse? Und jetzt Oh, 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 oh Ja, die Verziehen aber extra Hatshot gut finde ich das jetzt auch Hatshot so was Batman ich hab's gewasst was war das also diese Bombe man jetzt überrennt die Vollhonks-Toma fuck hab ich nicht mal mehr ein Auto ach man auch sie weg ich werde mit voller Bischof fuck da 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 äh was alter wenn ich das schon wieder höre alter scheiß voice chat alter audio voice volume zack weg damit brauche keiner ich rede nur mit meinen Jungs mit meinen Jungs sind cool im Gegensatz zu diesen Jungs hier oh das Fahrer guck mal du siehst doch gar nichts ich mach den mal oh 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 da haben wir dann noch sechs minuten um diese scheiß die jetzt sind im ersten oh hier ist ein bisschen rückgegangen ja sicher rückzug so macht man das direkt einen Headshot nicht lange zögern weg damit was zu finden alter die haben uns sowas von überrannt das glaubt man gar nicht heute Abend ach so genau was ich noch sagen wollte ich versuche das Video natürlich jetzt noch hochzuladen es ist momentan 8.31 Uhr und heute Abend ähm wir haben verloren heute Abend versuche ich eine Multiplayer Folge rauszubringen mit mit unseren Jungs halt also hier DTD da wird dabei sein denke ich mal der Philipp der Benny der Dominik der Felix und auf jeden Fall wird er heute Abend noch etwas aufgenommen ähm ich denke wir spielen noch eine Runde oder? ja eine können wir noch machen dann soll das erstmal von Battlefield erreichen daun 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 hm willkommen zurück wieder in game äh kurzer Cut wie gesagt wir sind jetzt wieder bei der Police und let's go na 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 wo geht's lang wir haben jetzt auch eine Sirene rufen rufen ah 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 So, war das Ziel zurück. Boah, Alter. Batman. Nicht schon wieder, du. Der ist überall. Ready? Ey, Jungs, die schaffen das. Holt euch das, holt wenigstens den Punkt A. Das war ein Hedger, das da droht zum Ding. Zwei. Oh, die zielt mich. Fuck, und die haben beide Punkte schon, für was wir vorhin 30 Millionen Jahre gebraucht haben. Nö, das seh ich ja mal so voll nicht mehr. Come on, ein Tor hat. Ey, boah, jetzt das nutzen wir nachher als auf Luft. Oh nein, ich hänge. Nein. Vehicle hit 6, das hat's vollgebracht. Oh, Alter. Das sah extrem geil aus. Die Messerkills sehen voll cool aus. Die Messerkills sehen extrem cool aus, Alter. Fuck. Zack, zack, in die Kehle rein, ein bisschen Blut. Und, ja. Ah, ja. Wow. Was ist gerade passiert? What the fuck? Was ist gerade passiert? Was, Sniper? Wie das? Was? Sniper? Das, ähm, ja. Ja, so sehe ich das aus. Äh, so sieht das aus. Was liegen die eigentlich da hinten? Sind die denn total bescheuert? Mann, jetzt sind wir so ein Polizeihotor und dann... Einsatz in der Nordwestern Street. Einsatz in der Nordwestern Street. Bitte kommen. Wir sind schon auf dem Weg, Zentrale. Äh. Oh, lol. Batman! Warum immer... Batman! Er verarscht mich! Ah, wie viele da sind. Fuck. Ey, wo müssen wir denn hin? Das war ein Headshot. Was? Lass mich hier raus! Mann, fuck! Er wäre einfach viel cooler als ich. Ach, man. Das ist so unfair. Flieg mal da rüber, Mann. Kannst du mal bitte da rüber fliegen, du Wichser? Kannst du mal bitte da rüber fliegen, du Wichser? Keine Folge aufzunehmen von uns, mit uns halt, mit mehreren Leuten, vielleicht nehme ich jetzt auch nochmal so eine gleich auf für später und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ähm, haut rein und ich wünsche euch einen angenehmen, heißen Tag bei 33 Grad, was ein bisschen zu warm ist. Oh, wie ich überhaupt keinen Bock hab. Und ja, also, ciao!